so ganz einfache regel ich habe so hunger dass ich jedes mal nicht wenn wir gewinnen gibt es chips für mich als ob ich mich daran halten könnte eine ganze runde im siege macht doch bei teilrunden bei einem sieg gibt es eine handvoll chips wird unter drogen gesetzt bei niederlagen und eine belohnung nicht schaffen oder ist gut danke für den moment schlag von hinten wenn ich von hinten mache die chips packung mal auf dass sie hierhin duftet liebe chips hersteller an dieser stelle könnte ihr product placement stehen direkt hier sponsoren sie mich das ist ihre chance in diesem stream ihre chips chips packung zugemacht grundnahrungsmittel streamer chips und energy drink nur am abend mittag gibt's pizza und energy drink alles klar wenn dein team das halten kann ist der sieg sicher man die kante ist doch behindert nicht schlecht dass du das überlebt hast weil ich da finde ich was am magic mike mach du scheiße mach schnell der stream aus bevor die verzögerung ankommt da zieht auch keine homo mehr da ist alles durch ne passt schon ich habe eine gute verbindung so ich gönne mir jetzt trotzdem einen chips deine gegner haben sie an mir aufgerieben das ist böses roman du widersprichst sie selbst du brichst deine regeln ne das ist ein ein prä sieg chips ein chips wie den bevorstehenden sieg die hasen werden immer am ende der jagd gezählt nicht meine hasen das ist ein falschen hasen lass mir den mal ich bin aber froh dass du eine golden gun drin hast die bitte? alle feinde neutralisieren nichts ich bin froh dass captain ekelischer bindung keine klingeln hat warum war klingeln nicht so doll nicht so gut im titan mit dämmerbruch kann den osiris immer noch was reißen ach ja der nero destiny felix guten abend hallöchen dieser energy drink von der marke hier könnte ihre produktplatzierung stehen ist unglaublich gut irgendwann funktioniert es ich schwörs euch irgendwann funktioniert es aber wie soll ich denn jemand bei dir melden wenn die nicht mal wissen was du für einen energy drink warum lässt sich doch durch jedes beliebige energy drink ersetzen boah dann bist du aber ein lügner ein betrüger ja schön hätte ich es nicht ausdrücken können wenn du siehst automatik wäre es gut gut zu wissen nächstes wie findest du die titan handschuhe die xxur verkauft eigentlich gut machen spaß von m budget nicht ganz mein lieber ist von koop fricks garantie fricks wie hast du deine primärwaffe bekommen nexus auf dem turm durch maklos letzte woche das war ein redpool erkennt man am öffnen alles klar jetzt bin ich runter gefahren runter gefahren falko deine gegner haben sich an dir aufgerief jetzt falko man ich werde ich habe jetzt verstanden denn der hunger ist auf deiner seite Falko, der Huller ist auf deiner Seite, Hüter. Boah, langsam kriegen wir den Rauch. Rats und Meckes. Steep top, Antomias, steep top. So eine leckere Packung Nachos mit Käse, Hackfleisch und sonst was können wir überbacken. Ach man, jetzt habe ich zu viel geschwärmt. Ja, ich wollte ihm einen awesome Hedgehog geben. Er kommt. Ja, du hast 20 Sekunden. Ich habe 20 Sekunden? Ja, ich zwar jetzt, aber genau jetzt warst du erst bereits ein Beleben. 10 Sekunden hast du drauf. Ja, weil ich dich belebt habe vorhin. Nein. Du liegst in Führung, verspiel sie nicht. Alle Feinde neutralisiert. Falko und ich. Wer hat den länger an? Schwere Munition kommt. Schwere Munition kommt. Ja, und los Falko. Jetzt zeige ich dir mal mein Rohr. Geht's dir mal ein echtes Rohr sein? Alle Gegner wurden ausgeprallt. Geht's dir aufpassen. Falko packt jetzt ein Pipeline aus. Was für ein Pipeline. Das ist ein richtiges Rohr. Geht's dir mein Ende. Da muss er auch mit Pigmenty getangen haben. Wo ist Falko? Ja, das ist schon klar. Geht's dir ausgefragt. Geht's dir ausgefragt? Geht's dir ausgefragt. Oh der? Nein. Ich dachte der kriegt dich noch. Waffenabliegen. Meine Golden ist genau der Maus, die lange ich den gesehen habe. schon irgendwie sehr belastend. Oh man Leute. Es ist einfach schon fast Samstag. Geht's schnell rum. Bei der Münze nicht vergessen. Danke. Danke. Ich hab letztens so viel bei Xur gekauft. Mir ist fast die X-Taste abgefallen. Die ist fast am Fingerzeigen geblieben. Beim wieder abnehmen zum Controller hinlegen vom Controller. Erstmal habe ich mir 200 Münzen gekauft. Das geht aber noch einigermaßen. Und dann habe ich mir schwere Synthesen gekauft. Für glaube 500 Dinger. 500 seltener Münzen oder so. Ich hab ein kleines Opening gemacht. Ich habe zu laut Chips gegessen, dass ich nichts verstanden habe. Ich glaube ich 27 Ränge bei Neumonarchie gemacht. Mit einem Durchlauf, mit einem Zug. Kein Wunder, was du mit dem 400 bist. Ja klar. Ich muss aber sagen, das war ein bisschen dumm. Ich weiß nicht. Ich habe übertrieben viele Sachen so auf 370, 75 im Tresor. Weil ich die ganze Zeit... Ich habe zum Beispiel viermal oder fünfmal hintereinander den Helm bekommen. Einfach. Das ist einfach so belastend gewesen. Ich hätte schon viel früher aufhören können. Hätte ich mal auch was Gescheites bekommen. Aber das viermal dieselbe Item oder so zu kriegen, dann blutest du. Boah, das ist so... Drei Jahreszeiten mäßig. Äh, Phantomia ist Xura dabei. Die hier. Die für den Titan. Die Stachligen da. Ähm. Also mit den zwei Nahkampfaufladungen. Neemesis Helm und Donnelord. Neemesis Helm und Donnelord. Flüter gefallen. Wtf. 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 Oh man... Wtf. 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 Halt's Maul! Zack! Beide unten rechts, einer jetzt auf Rücke Uff, Scheiße Genau, genau, ich will nach vorne Er ist unten, geht, er geht hoch, er geht hoch Hinter dir, oh oh Hinter dir Da flüchter, da flüchter, schnell, 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 wieder belegen Oh, schön Wir fahren dazu, geil Deine Gegner, haben sich an dir aufgeriehen Wieso, meine Gegner Da ist gut gespielt Spannstart Du liegst in Führung, verspiel sie dich Scheiße, jetzt auf Verlust auf unserer Seite Irgendjemand ist unsichtbar Hinter dir Hinter dir Da ist doch ein kleines Ström Ist das denn jetzt erstmal? Oh, Mann Nein Nein, dann habe ich keine Schüsse mehr drinnen Zack Scheiße Knöllchen Alle Gegner wurden ausgeschaltet Alle Gegner wurden ausgeschaltet Ich hätte jetzt voll Bock auf so ein ganzes Problem Ich hatte jetzt richtig Bock auf Du Ausrufezeichen LD reingibst, dann zeigt es mir an was drauf ist Er zeigt es dir an was auf der Wache drauf ist Wenn ein Team das halten kann, ist er sich sicher Ja Ich geh gleich mit dem Super rein Geht er gefallen Pfff Zwei für den Preis von einem Ja Gott Kein Problem, ich mach das Leute Gegnerisches Team ausgeschaltet Pfff Der geht ja ab Ja Chips Power Ja mein Fisch Mö Schwere Munition Das ist doch So unglaublich Wie die Sprunggranate einfach so ewigs verfolgt Der Warlock, der ist durch eine Stinksgranate gestorben, oder? Weiß ich nicht. Irgendwas, keine Ahnung, der war eigentlich schon bei der Helgi hinter der Mauer und das andere kippt da unten. Und der Leiche ist noch über den Zaun rübergefahren. Oh, da war's. Da ist Helgi. Der Warlock, der war ein Geist. Ey, der ist der Geist. Adios. Oh man, mein Feder Mann. Scheiße. Oh, beide verwechselt hab ich. Weil du da kurz davor da warst und bist du gestorben und er war genau an deiner Stelle. Ich bin gar nicht registriert. Scheiße. Ich hatte alle Zeit der Welt eigentlich den zu gehen. Leute, wenn ihr das wissen wollt, ob man einen Bodyshotten kann, wenn er zu tiefes Lichtlevel hat, dann macht doch einfach ein privates Match, schaltet Lichtlevel aktiv ein und probiert's aus. Die Diskussion beendet. Einer macht sich 335, der andere macht sich 385 und dann testen. Und dann immer weiter runter. Das Lichtlevel zu senken sollte ja nicht so schwierig sein. Ja, zählen wir uns ja auch einfach mal. Ja, ja. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Boah, das war ja axonös. Ich raue den richtige Keule rüber. wenn ich was kann, wenn du ihn immer schmeißen Top Du hattest sie schon in der Fasche, bevor es begonnen hat Ach, sonst vorbei, das war ja immer eine goldene Ziele Danke dir, Phantomias Oh, ich habe so einen dollen Hunger Guten Abend Dave, Hallöchen Oh, Schuhn Nicht Schuhn Du wirst ihn nicht eigentlich hochbringen? Ja, um einen Michelin Also um einen Punkt Nein, nein, sie ist Ich glaube, ich war mal Drei damit's dann Ach man, das ist doch nervig Brauche ich nur noch Ja, war so So wie bei Metin damals Einfach so ein Pod einsetzen und dann macht er das von alleine Linko, ich würde mich sehr freuen, wenn das wahr wäre, ich weiß es leider nicht Boah, ich werde mich freuen, wenn jetzt hier so eine Notaktion von einer RZA in meinem Fenster landet Der Hardrate kommt am 10.11, warte kurz Am 11.10. Hard mode A1 Menü mit dem Reservorger, Prost. Ich mach das Leute, haltet euch zurück. Für das gegnerische Team. Hm, so geht's auch. Oh, kein Problem. Was ist denn da passiert? Sind die rausgegangen? Wahrscheinlich schon. Du kennst mich doch. Demotiv... Haben wir die demotiviert? Das kann durchaus sein, Tarot-Deck, aber ich kann's mir fast nicht vorstellen. Wie viel kostet das neue Paket in Destiny? Meinst du das DLC? 30 Euro. Sind sofort hier, Alter. Ja. Hm, Mist, jetzt fehlt mir hier ein Licht. Äh... Kriege ich denn das jetzt her? Ja. 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 Boah. Der Jäger beim Gehirnzenden sieht richtig falsch aus. Eliminiert eure Gegner! Ein D, der echt? Okay. Oh. Jetzt wieder nicht. Ja. Ich glaub die warben München. Boah, warum geht's denn so schnell los? Sind sie runtergekriegt? Wenn dein Team das halten kann, ist der Sieg sicher. Gehen wir mich noch mal kurz vor. Genieß diesen Moment. Du hast ihn verdient. Ohne Kampf zum Merkur. Euer Team liegt vorne. Alle Feinde neutralisiert. Im Saal sagen, guten Abend. Und bei den vier Niederlagen machen sie uns dann fertig. Bin gespannt. Schwere Munition kommt. Du hattest sie schon in der Tasche bevor es begonnen hat. Ja. Ist das er so? Das. Darf eigentlich ruhig so weitergehen. Jetzt macht er uns alleine fertig oder was? Ah, ich wollt schon sagen. Hedgehound, hedgehound, hedgehound. Ja. Ja, das wärs gewesen. So real Crafty mit einem Fake Account. Und dann auf einmal den Zerstörungsmodus an. Dann auf einmal den Zerstörungsmodus an. Warum seiten die alle so hoch? Wir zocken auch ordentlich. Das ist das Geheimnis. Es redet Essig im Spiel. Ach so. Aber verrat's niemandem. Nein, mach ich nicht. Ich freu mich schon, wenn ich wieder raus mache. Woher kriege ich einen hohen Geist fürs Lichtlevel? Am besten über die Fraktionen. Für den Fraktionen können nämlich auch Geister bis 385 droppen. Heißt Fraktionen leveln. Eisenbanner geht auch momentan. Ja, Eisenbanner natürlich. Ja, Osiris geht auch. Diese PvP Events, die gehen in der Regel auch. Aber da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da kannst du nicht wirklich so gezielt. Ähm, ich denke Fraktionen hast du wirklich die besten Chancen. Wenn du viele seltsame Münzen hast, die kaufst du bei Xur schwere Munitionssynthesen. Und die spendest du dann bei den Fraktionen. Und dann wirst du relativ schnell an den Geist rankommen. Ach Samu, kein Ding. Mach nichts. Wahrscheinlich Fehlermeldung oder so. Hä? War man nicht schon im Spiel dran? Oh, der Mann. Oh, der Mann. Free Colossor. Halt du auf Sachen. Sind Free Chips für mich? Aber die habe ich, die habe ich ehrlich geklaut, die Chips. Es waren 10 Ränge gemacht, keinen Geist. Und dann hast du einfach Pech. Ja, das ist manchmal echt. Wo auch schon mal zweimal Geist hintereinander bekommen. Das war auch herzend. Einfach weiter probieren. Vielleicht die Beute züge machen oder so. Ich hatte bisher immer Glück, was Dings angeht, im Raid. In jedem Raid habe ich bisher einen Geist bekommen. Ja. Ja, die Methodik ist halt Raid, Osiris, Eisenbanner. Aber die einfachste Armbare, in Anführungszeichen, Methodik ist halt wirklich die Fraktionen. Pro Sieg, ein Chips und wie oft du die Tüte hörst, das ist gar nicht wahr. Ich berühre die Tüte gar nicht so oft. Also eigentlich hast du ja schon für alle neuen Lüge vorgegeben. Es sind große Chips. Ne, ne, es sind große Chips. Ich lass mir ne bessere Lüge einfallen. Knappen wir uns dann links. Die nächste Spassage sind leider losgelust. Krass, er kriegt mich noch. Aber die anderen haben das Geweck, dann können wir ihn nicht treffen. Kann da kein Fahrrad führen. Ja, da habe ich ihn nicht von hinten erwischt. Also ich habe eine Xbox One, die sind zu dritt da ja, der eine snipet, der andere. Wenn du nach rechts gehst und dann vielleicht hoch guckst, kannst du ihn über die Fläche sehen vielleicht. Weil der Titan steht nach unten, der wartet. Schade, er hat ganz wenig gefehlt. Der letzte Burst hat nicht mehr getroffen, weil der so nach unten gerutscht ist auf einmal. Du liegst hinten, doch du hast eine Chance, gib nicht auf. Hüter gefallen. Was sagt dazu nix? Hey. Drei Schussball in Rom. Das ist kein Headshot war, ich muss Munition holen hinten. Drücker, 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 steht einer. Rechts, ganz rechts, der eine. Du kannst links gehen und dann siehst du ihn da. Er zieht auf dich, er zieht auf dich. Die sind getrennt. Den einen, der rechten. Stimmt's? Sehr gut. Gegnerisches Team ausgeschaltet. Von mir, ey, mit seinem dummen Spruch, ey. Der grüner hat sich an dir ausgerieben. Krempel die Ärmel hoch. Es steht unentschieden. Ich glaub, ich mach mal meine Plays auf Englisch. Ich mach mal den Spruch auf Englisch, ja. Das kann ich nicht verraten sein. Ob warst du getroffen mit der Brandsatz? Kann sein, dass er ab der Sprung stirbt. Füter gefallen. Abgetradet. Die kommen auch, oder? Ja, die kommen, die kommen. Einer links, einer rechts. Nice, schön nächstes. Okay. Ja, aber was ist das denn? Ich mir geb da auch nen Headshot damit. Euer Team wurde eliminiert. Wir müssen First Pick machen. Sorry Dave. Ja, ich hab ne Xbox, aber ich spiel da nur Let's Plays drauf. Ich hab Halo Let's Plays da drauf. Und ich werd noch andere Let's Plays da drauf machen. Einige Teile von Dark Souls hab ich da auch drauf Let's Plays. Alles auf dem Let's Plays Kanal. Ja. Irgendwas. Super. Irgendwas. Super. Irgendwas. Ich hab da. Ich hab da. Oh. Hm. Manchmal rutscht man in den Gegner so stark rein, dass man den nicht killen kann. Dein Team wurde eliminiert. Viel Glück beim nächsten Mal, Hüter. Das wäre Munition. Ey, das geht nicht. Ich hab mich nicht die Lüte gefallen. Nochmal goldener. Das geht doch nicht! Ach man, wie true the wall. Oh, Schwachsinn. Krass, Mann. Du wirst dich von diesem Niedergang erholen, wie Hüter das eben tun. Ob ich mir die PS4 Pro hole? Nö. Keinen Sinn für mich. Abbeinen. Ja. Knapp mir hier die Mooney. Warte noch, warte noch, warte noch. Na gut. Sorry, ich dachte mir, du bist tot. Ja, bessere Auflösung, aber ist es mir das wert? Ich hab Gold noch. Ich geh mal mit dem Gold noch. Da sind sie nicht. Da sind sie nicht. Allerdings. Oh mein Gott. Er ist nicht gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat sich verschenkt. Das ist hinter dir. Dieses scheiß Headset schaltet sich einfach ab, ohne was zu sagen, Mann. Scheiße, Mann. Wie verschenkt war das denn gerade? Kämpfe weiter. Sorry, Leute. Ich hatte kein Tun mehr. Es war auf einmal was weg. Ich hab zu schnell es geht die Batterie gewechselt, war schon zu spät. Ich hab gar nicht ge... Komm, Kai, warte. Ich guck mir mal kurz die Wiederholung an. Ich hab überhaupt nicht gecheckt, was da gerade passiert ist. Oh ja. Naja, der nächste steht noch im Spawn. Hey Baba Doc. Guten Abend. Hm.. Ja, die Map ist wirklich komisch. Obwohl sie eigentlich gut wäre, irgendwie. Das ist jetzt wirklich gut. wir haben voll über kreuz geschossen mal ich habe mir das headset vor vier oder fünf jahren gekauft ich habe jetzt ein astro mit mit kabel also kannst es aufladen akku aber das mikrofon von dem vom astro ist ist dermaßen schlecht dass ich damit nicht schrieben kann weil die schlimme die die stimme die du hast das gefühl du hast einem kind zu haben die gesamte technik und die gesamte preisklasse ins headset mit dem ton und allem verbaut und die tonqualität vom astro 50 ist auch mega geil aber das hat das mikrofon ist der totale müll da ist das da ist das hat das mikrofon besser das mitgeliefert wird von der xbox oder von der ps wirklich da bin ich mega enttäuscht von astro dass das ein schlechtes mikrofon drin haben schalte das gegnerische team dann können wir auch sagen alles die der zieht richtig in der leber Das Bundeswetter macht einen Parallel. Weil Chanty-Karte so langweilig. Ist sie auch. Ah, da kommt sowas nach oben, low. Ach, scheiße, Hüter gefallen. Jetzt fängt er bei mir auch an, diesen Aufräumen zu erzählen. Solche Sniper, ich benutze die LDR. Das wird doch die ganze Zeit von anderen Leuten geschrieben, mein Lieber. Du musst auch in den Chat achten, nicht nur auf das, was ich sage. LDR heißt das Snipergewehr. L-D-R. Hast du gesehen wie wenn ich Leben denn noch hatte? Ja. Das war vorhin auch so, wo wir grad verloren haben. Du hast auf den geschossen, der für dich weiter weg ist und ich habe auf den geschossen, der für mich weiter weg ist. Und dann haben sie die anderen, also umgekehrt, haben wir uns umgeklascht. Ja, ich habe sogar zweimal auf den geschossen, ja. Na, kann man nicht genug. Na ja, kann man nicht genug. Danke. Ich war so lokal. Ich weiß, da kommt links noch einer. Der Flüchtling ist noch weiter weg. Uff, man ja, klar, guck gleich nochmal raus, wenn das so kacke. Ich habe dich richtig gerieben, Alter. Ja, bei mir hat es auch gerade gesagt. Simms, guten Abend. Achso, du kennst die LDR gar nicht. Ähm, die Waffe... Ist... Warte kurz. Vorhut. Oder? Ein Klassiker. Ja, hier Vorhut. Vorhut zeichne ich es. Also Vorhutpaketen kannst du die rauskriegen. Also ob es jetzt noch geht, weiß ich nicht. Dacht er aber schon. Den stört es gar nicht. Ja, bitte. Ja. Waffen ablegen. Dieser Kampf ist vorbei. Internet geht wieder. Welcome back. Nice. Ein Spiel, auf das ich sehnsüchtig warte vor Honor. Ah, so ein Spiel. Deine Gegner haben sich an dir aufgerieben. Spass gemacht, habe ich gerade gegen uns gespiegelt. Okay, die LDR droppt noch. Fauna ist aber auch geil, ja. Ich freue mich da sehr drauf. Ist so ein Spiel für zwischendurch, finde ich. Also wenn es rauskommt, dann dauert es ein bisschen länger. Also spielt man es auch ein bisschen mehr, aber dann wäre das so ein Spiel für zwischendurch. Finde ich jetzt. Das geht jedem anders. Best-Effekt auch, Andromeda, ja. Ich habe all die anderen Teile noch nach Let's Played, weil ich so Spass hatte, äh, weil ich mich so freue auf Andromeda dann. Best-Effekt 1, 2 und 3 auf dem Let's Play Kanal gespielt. Aber es hat Laune gemacht. Ich bin gespannt, wie sie es machen mit Mass Effect Andromeda, weil es ist ja ein neues Konzept. Ich bin nicht mehr an eine Story gebunden. Also so wie die drei Teile. Die Trilogie ist ja zu Ende. Battlefield 1 freue ich mich auch darauf, ja. Es gibt eigentlich viele gute Spiele, die demnächst kommen. Also nächstes Jahr. 2017. Mafia 3 würde ich eigentlich auch gerne spielen, aber dafür fehlt mir die Zeit. Und ich habe 1 und 2 nicht gespielt. Ich steige nicht so gerne einfach mittendrin ein. Ich spiele dann meistens gerne noch die Vorgänger. Oh, die Gegner sind gut. Schwitzig auf jeden Fall. Die ganz wenigstens habe ich nicht gewählt. So, perfekt. Das ist voll nice, Mann. Rauf macht mir einfach keinen Schaden. Irgendjemand ist fucked. Ich bin mir jetzt erst so richtig bewusst geworden. Ich stand gerade die ganze Zeit im Raum und denke mir, warum werde ich eigentlich nicht rot. Und warum liegt da eigentlich Stroh? Darf gut sein. Gute Nacht. Luca, kannst du antworten? Was willst du denn wissen? Guten Abend. Achso. Ihr Vorteil ist auf deiner Seite. Guten Abend, mein Lieber. Allöchen. Ich hoffe mal, die Gegner werden jetzt nicht anfangen. Die Verleihung, die Verleihung. Ja. Sie müssen mal weiter drauf pushen. Sie müssen besser in Hand. Der Abgängzeit für Exorin Grammar. Die gibt es ja. Wenn sie 1G kriegt, sind die Münzen weniger gut aktiv. wir haben keine lust oder ein sniper gleicher rechts Das nächste ist... Oh, ich kann nicht zu viel machen. Schön. Läufer. Hälfte. Was ist denn? Ich dachte schon, du hast ihn verloren. Oh Mann, der sonst ja vorher mir vorbeigehen hat, ich habe gar nicht gecheckt. Ich dachte, da ist eigentlich nur der einen Gang, wo ich lang geworden ging. Da war er noch hinter mir. Total verrückt. Jetzt werden die auch alles hier brauchen. Oh, ich habe gleich Gold. Na, Dugan, das weiß ich leider nicht. Ach komm, ich habe nur einen gekriegt. Schade, Mann. So konnte er mich beim zweiten nicht entscheiden. Ich sterbe, ich sterbe nix. Hinterge, hinterge. Nice. Ey. Ey, das ist ja überlebt. Er kommt einfach in der Kopf. Er geht nicht auf Mewal. Ich rede von ihm. Sorry, das war jetzt wirklich... Ich habe auch keinen guten Raketenwerfer drin. Hat er sie schon in der Tasche, bevor es begonnen hat. Dass er das überlebt hat, war auch ein bisschen kurios. Mhm. Ich habe noch keine, super, die dürfen wir noch noch keine haben. Ich habe aber super. 2 für den Preis von einem. Welche? Alle Feinde neutralisiert. Hm. Die wussten wohl, uns gegen uns zu eins zu setzen. Äh, Tom Clancy's Ghost Recon, Whitehawk. Ähm, ich habe Ghost Recon ganz, ganz früher gespielt, als ich noch wirklich jung war. Nur nicht so alt! Nein, so wirklich 16, glaube ich. Ähm, fand ich es eigentlich ganz toll, aber ich habe mich dann nie wieder eigentlich mit Ghost Recon... Irgendwas gekauft oder so. Ich kaufe mir jetzt noch einen Lumberjack. Ich kenne mich damit zu wenig aus jetzt, um zu sagen, ob ich es gut finde oder nicht. Ich habe mich damit nicht befasst. Meine Vorräte sind richtig alle. Hm. Eine Schatztruhe leer. Oh, die ist schon richtig lange leer. Mann, auf die habe ich jetzt richtig Bock. Scheiße. Ich habe mich daran erinnert. Ich hatte übrigens zwischendurch mal noch eine, so eine kleinere, aber die ist auch schon weg. Ich schaue mal. Ich habe hier noch eine Schatzkiste mit Kochgubis, aber das ist nicht so gut zum Kluss waren. Wahnsinn. Kannst du eine schöne Packung gehen, Alter. Kennst du noch, Justin? Die, die kommen in die Box. Ähm, man kann nämlich, wenn du auf das Ticket drauf gehst hier, auf Details, kannst du hier Gnade und Gefallenen und Vagemote reinnehmen. Wenn du Gnade drin hast, hier wurde eine Gnade zuteil. Deine erste Niederlage in den Prüfungen wird dir verziehen. Kann nur vor dem ersten Match gewährt werden. Das heißt, du kannst das aktivieren und dann wird dir ein Match verziehen. Also wenn du verlierst. Dann kriegst du keinen roten Punkt drauf. Auf das Ticket. Ach, Letzte Runde. Zwiebung auf dem Tisch. walkman gerne doch dafür bin ich da meiner ist richtig aufgerieben ich brauche das gegnerische team ich brauche das gegnerische team Ich hab ihn. Letzter Hüter. Bring deine Kameraden zurück. Da belebt sich gleich wieder. Boah nice. Oh Gott. Ich muss natürlich nachladen. Sonst hab ich noch die Wand vor meiner Fresse. Danke dir. Ja. Was macht die Sprunggranate denn da? Ah. Euer Team wurde eliminiert. Oh Mann ey. Ja der Critical ist richtig Crispy man. Der hat ne 3,3 AKD die Woche. Ich hab ihn mit dem Rewerbein. Ich hab ihn mit dem Rewerbein. Ist er auch Tasty? Das Crispy und Tasty. Okay. Scheiße. Ich bin mit dem Rewerlein. Mann hat ihn fast bekommen. WTF hat er gesagt. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Ja brennt was. Was nimmt denn der für Indiana Jones Wege? Übel. Du 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 du. Und zack den Hut noch geschnappt. Üch der ist krass man. Warum hast du jetzt auch schon wieder so ne Bobfehler an ey? Achtung, außerhalb der Fall ist vielleicht fast was dran geworden hast du wieder, ne? Kein Gegner für mich Green Toxit, guten Abend, Hallöchen Auf und wie eine Grüße Wir müssen manieren hier auf den Tisch legen Lass mich doch auf die Sniper Position man Du musst nicht hoch hüpfen und dann wieder runter gehen Ich hab mich noch schnell umentschieden Nice hat für dich dann Naja hast du mich Was, das war ein anderer Die Hilfe mit Ja nicht nach, nicht nach, bleib oben Wir haben doch beide Leichen am gleichen Punkt, oder? Ja ja Ich hab jetzt auswählen Wer hat das nicht gewissen Genieß diesen Moment, du hast ihn verdient Mann, halt's im Maul, alter Fürs Joker, good game, gg Wenn dein Team das halten kann, ist der Sieg sicher Ja, von ganz rechts noch einer, Mann Mach so eine Aktion, komm 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 Ja, ich weiß eh nicht Wir gehen alle über den gleichen Weg Ganz üblich clever Du lernst dazu, komm stärker zurück Hm Chris, ich denk schon, ja? Ich denke schon Ach, Kack, der Topf in der Nase Das ist natürlich da in den Endgern ganz gut Ah, jetzt kommen die Brücke Die Brücke Güter gefallen Pfff, ein Topf Die Kugeln haben sich ja schon gerne Luft ausbegüsten In der Aktion Nehmen uns Die zwei sind hier Äh, äh, von euch aus dem Team Einer geht Brücke Einer Brücke, mit der beiden Brücke In der Mitte Stopp Mach den Ich will so mitmachen, alles Sehr schön Der Titel ist ein Bubble-Spieler, ne? Ja Stimmt, ich glaube, er hat sie gerade nicht Nicht gekriegt Also aufzumachen Nein, er hat die Bubble nicht gekriegt Das Er hat Funktion Okay Ich hab Nova Leute, also falls er das macht Na, bei Der andere brennt Soll ich Nova reinmachen? Ja, mach Das ist Matchbar Das ist Matchbar Das ist Schlau Ich bin auf jeden Fall Ich bin auf jeden Fall an allen vorbei gelaufen Was haben die noch? Warte mal, Bladedancer und Defender Noch ein Defender, ein 2. Defender Ich glaube, Critical hatte man auch seine Bubble Das war glaube ich gerade der andere Der die gestellt hat Nee, das war Critical Nee, das war Critical Ja, ist er Kann ich kaputt schießen? No, ich bin an den In der Mehrheit, die Krafthüter hervorragend Der ist unter Brücke. Warte, ich konnte es warten. Führen! Führen wie die Munition hat. Außen ist Ticket, habe ich gerade freigeschauen. Was ist das? Franzosen. Cool, erstmal makellos. Gibt es eigentlich wieder so ein Skarabeos-Abzeichen? Gibt es ja. Diese blaue Katze, die Critical da hatte. Cool. Danke euch Leute! Let's go to the mall! So. 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 Oh fuck, ich hab' ich ja voll vergessen, Mann. Ich kenn' den nicht mal. Okay, die einen sagen gut, 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 die anderen sagen nicht so gut. Streamst du morgen wieder? Wahrscheinlich mach' morgen ne Pause, aber Sonntag wieder. Total schnell, Feuer drauf. Okay, mit reaktivem Nachladen und Bonusschaden ist hier natürlich geil. Dötest du den ersten, dann lädst du nach. Ach, dann hast du Bonusschaden und unreaktives Nachladen. Ding-Dong. Wer ist da? Der Weihnachtsmann. Soll ich mich vergessen, auf Max Leid zu machen? Bevor er die große Kiste öffnet? Na ja, 385 bin ich. Im nächsten Schritt wird er nicht sofort in Orbit fliegen. Da muss man Beuteziege öffnen und die Kiste in der Seite. Du kannst nicht mehr. What? Student des... Kapuze? Die Cobra Kapuze bekommen? Oh, yes. Na, na, nice, nice, nice. Na, na, nice, 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 nice. Oh, ich glaub' ich hab' einen Artifat bekommen. Na, na, nice, nice. Na, na, nice, 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 nice. Oh, der ungespokter Geil. Na, na, nice, nice, nice. Hat das Impulsgewehr eigentlich immer dieselben Bonus, oder wie ist das? Ja. Weißt das, weißt du das? Wir haben alle immer die gleichen Perk. Ey Leute, was ist diese makellose Wache-Ornament? Damit kannst du deine... Damit passt es für deine Rüstung. Genau. Um deine Rüstung zu verändern, farblich, brauchst du, äh, das Ornament. Puhu! 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 Sag mir dich! Ich, komm' mir leider nicht mehr stumm. Es war unerhaltbar. Ist mir' jacke-Jose. Alter. Deswegen ist jetzt kein schlechterer Mensch, Hammy. Ach das gemacht. Das fühlt mich nicht aus. so und wie gefällt euch meine Kobra Lügung was st meine Kobra Wache Leute zieht sie euch rein wenn wir uns erstellen hast du weibliche Zuschauer im Stream Lexus? ja immer sehr schön also habt ihr jetzt gehört ihr könnt mich gerne anschreiben unter hatesnötig.com das automatisch soll aber gut sein nimm noch in die Folge meinen Kobra Helm rein ja ich geh in den Orbit